Hallo und willkommen bei HardwareRat. In diesem Video die Technik-News der Kalenderwoche 18, 2014. Da AMD nun wieder das Never Settle Bundle gestartet hat, kommt auch Nvidia mit einem neuen Spiel. Bei einem Kauf einer Nvidia GeForce GTX 660 oder stärker, gibt es das Spiel Watch Dogs gratis mit dazu. AMD hingegen bietet ab dem selben Preisbereich zwei Spiele, etwas teurer drei Spiele. Allerdings sind das keine aktuellen AAA-Titel. Deswegen muss man sich einfach selber denken, was besser ist. Drei etwas schlechtere Spiele oder ein AAA-Titel. Das OnePlus One Smartphone lässt wahrscheinlich noch ein ganzes Stück auf sich warten. Denn vorerst wird es nur über Einladungen erhältlich sein. Bisher gibt es ja die Aktion, wo 100 Leute ihr Handy verschrotten und dann das OnePlus One für einen Dollar bekommen. Und bisher wurden 300 Einladungen verschickt. Weitere Einladungen sollen dann über besondere Dinge wie zum Beispiel sozialen Netzwerken oder ähnliches verschickt werden. Es können also noch Monate vergehen, bis das OnePlus One Smartphone endlich erhältlich ist. Das schlechteste Spiel aller Zeiten, E.T., wurde jetzt endlich gefunden. Es gab eine Legende, dass das Spiel E.T. so schlecht war und sich so schlecht verkauft hatte, dass es einfach in eine Müllhalde in New Mexico vergraben wurde. Nun, Microsoft hat das Spiel jetzt nun wirklich gefunden. Die meisten Spiele sind original verpackt und auch nur wenig beschädigt. Microsoft hat diese ganze Suchaktion verfilmt und daraus entsteht auch ein Dokumentationsfilm. 250 Exemplare bzw. 10% der gefundenen Module sollen an das Suchteam gehen. Offiziell gehören aber die Spiele der Stadt, wo sie vergraben wurden. Die Nvidia GeForce GTX Titan Z wurde nun verschoben. Dies liegt natürlich an der AMD R9 295 X2, da die GTX Titan Z deutlich langsamer ist und das zum doppelten Preis. Dadurch wird Nvidia die Karte wahrscheinlich nochmal überarbeiten oder auch vielleicht gar nicht herausbringen. Mit nur 375 Watt ist die Titan Z wahrscheinlich leiser als die 295 X2. Aber trotzdem könnte man sie höchstwahrscheinlich mit dem jetzigen Kühler nicht auf das Niveau einer 295 X2 takten. Meiner Meinung nach war die Karte sowieso eine schlechte Idee von Nvidia. Google plant das Projekt Android Silver. Die soll dann auch die Marke Nexus ersetzen. Aber andere Hersteller dürfen dann Silver Smartphones herstellen. Diese dürfen dann nur das reine Android erhalten und werden deswegen auch immer schnell die neuesten Updates bekommen. Mit an Bord seien jetzt schon bereits LG und Motorola. Samsung wird sich wahrscheinlich dagegen entscheiden, da sie immer noch an der TouchWiz-Oberfläche festhalten. Google wird K. insgesamt 1 Milliarde US-Dollar in Android Silver investieren, um Partner für das Projekt zu gewinnen. Android Silver Smartphones werden aber wahrscheinlich nur High-End Smartphones sein. Das war's auch mit den Technik-News für diese Woche. Wenn das Video euch gefallen hat, gebt ihnen einen Daumen hoch. Falls ihr wollt, lasst ein Abo da. Dann bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.